hey ho leute und herzlich willkommen zu einer kleinen aufnahme let's black rosa ich muss nur gucken so aber er nimmt auf müsste er das finde ich super weil die letzte firma als ich versucht habe aufzunehmen hat es nicht funktioniert so ja heute ist der tag wo ich ein neues video brauche und deswegen muss das jetzt hier klappen so ich habe eine neue rpk also die jetzt nicht die habe ich mir jetzt nicht gekauft oder so die ist einfach für 30 tage über sechs stunden am wochenende gekauft hat und wie ich durch die mir das so gedacht habe habe ich natürlich gemacht so und dann spielen wir jetzt mal hier eine runde wie gleich mal wieder ja immer das gleiche eigentlich aber na gut aber es ist nicht der gleiche inhalt so challenge time ist nächste war wieder dran weil ich wollte jetzt hier mal rpk und so zeigen und natürlich auch ein bisschen snipe an naja der raum der voller pros wie man grad sieht okay ich habe noch kein kill aber es liegt daran dass keiner kommt bin hier vorüber lohn nur okay egal egal das dürfen so irgendwie sieht es hier so aus als ob die ausieren der leute was gelobt auch kommt drüben mit meinem weg um stehe ich überhaupt bin ich alleine wir alleine sein 46 einmal getroffen so ein schluck so jetzt reichs hier ab hier alter alter jetzt reicht es mir jetzt reicht es mir und von einer Viertelstunde aufgestanden kann man so sagen alter ein Schwerer okay nein das das hängt ich schon mit auf sage ich euch ich brauche nur mehr Energy Drinks Hansa ist mein Fehler ja ich habe ja einen scheiß Bierrhythmus also das bedeutet ich gehe morgens um 5 Uhr ins Bett und stehe um 12 Uhr wieder auf ja das ist mein Bierrhythmus ja und dann wenn ich um 12 Uhr aufstehe und um 1 Uhr ungefähr immer die Videos kommen dann muss ich mich sputen aber heute wird es eh wieder nicht pünktlich weil ich wollte ein bisschen länger aufnehmen also jedenfalls das hier dass ich mindestens zwei Folgen habe ja ich freue mich echt auf den Livestream ich habe es ja jetzt gesagt was die Leute die noch nicht wissen welchen Livestream es ist das guckt auf meine Seite auf meinen Kanal da ist das Video was sofort aufploppt und loslegt das Video euch zu Ende angucken und dann wisst ihr alles Bescheid und wenn ich nicht äh wenn nicht dann guckt nochmal das Infovideo vom Gewinnspiel so mehr braucht man nicht sagen so jetzt einen killen aaaaaaah hohoho ich habe genau meine Granate Alter Alter hat der an? Der Shooter Typ Dings da Ich würde es nicht ausprobieren aber Hau mal ab da Danke Mein Gott diese Legs Diese Legs Und dann lecken noch 3 aus dem gegnerischen Team und Pipapo Ja der hackt So der ist tot Der hat es auch einfacher Ohne Legs kann der spielen sehr wahrscheinlich Naja ich habe gestern noch ein bisschen gespielt Aber da habe ich echt nur zum M-Mode gespielt und Hero Mode Weil die Hacker Alter es geht mir so auf den Sack Die Hacker So Jetzt hier nochmal Ja komm Gehen wir mal Elf halt So Schmeißen hier unser schönes Grenadchen Und unsere Waffe raus Der kriegs auf Ja und dann kommt der Hacker natürlich Weil du auch so viel Skill hast Alter Leute Hacken ist scheiße Man beweist Man beweist nur seine Inkompetenz Dass man nicht spielen kann Dass man Ein kleiner Scheißnoob ist Der irgendwelche Hilfsmittel braucht Um Ein bisschen Aufmerksamkeit von Spielern zu kriegen Weil Ihre Eltern Entweder sie nicht beachten Oder Wenn die Eltern Die Kinder zu oft geschlagen haben Oder zu wenig geschlagen haben Ja Und deswegen Hackmann So Das war mein Hacker Vortrag Wie findet ihr ihn? Schreibt eine Note rein Wenn ihr eine 6 schreibt Dann seid ihr selber Hacker Ja Ja Kumpel Diffuse Ist keiner mehr da? Please F12 Zehntaus Ne Das sind Was ist das für eine Zahl? 5 Nullen? Das ist 100.000 Aber er hat Alter Wie arm war das denn? 100.000 ist bei der zweiten Nullen Punkt Du Vollidiot ey Was ein Würstchen ey Das ist bestimmt erst 12 Oder 11 Macht bestimmt auch gerade ein Tutorial wie man hackt Hey Leute Ja Hier Haben wir wieder Den Hack 23 P7 Aufgepackt Und jetzt geht's los Ja der hat kattiert Und der auch So Ja Ja so stelle ich mir das gerade vor Steht jetzt Danke Ja den habe ich richtig fähig gemacht Ja Ja Perfekt So was schaffe ich nicht Hat der erstmal seinen Kumpel in die Luft gesprengt 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 Ja scheiße Reicht wie die Tod Da hat wohl ein anderer auch ein Hack angehabt Ja Ja Die Hacker Kiddies Das sind ja meistens Kinder Okay Ich habe ja selber früher gehackt Ich war ja selber Oh Mann bin ich ja voll Idiot gewesen früher Da habe ich ja auch meinen Account verloren Zu Recht Sag ich heute So anders lernt man nicht Ich hatte einen Account und ich voll Idiot hatte dann irgendein Hack von irgendein Spasten aus dem Clan genommen Ja und dann Ja wurde der ganze Clan Also der halbe Clan wurde gebannt Also nicht gebannt Also geblockt Für sieben Tage und so Und was passiert mit mir? Ich bekomme permanent Bann Oh Na ja Geschieht mir ja auch recht Sehe ich jetzt ein Seitdem habe ich nie wieder einen Crossfire Oder ja Minecraft ist jetzt was anderes Da kann man hacken Flyhack oder sowas Also jetzt nicht auf Servern oder so Aber sonst habe ich keinen Hack mehr eingefasst Hab immer die Finger davon gelassen Und bla 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 So sollte man es auch machen Denn nur der wahre Skil heißt Dass man Bla 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 Und nicht was diese Kackpratze da macht Ja ich wollte mich wieder kicken Aber das schaffen sie irgendwie nicht Oh nein bin ich gekickt Na Bye bye Ja ja So muss das So muss das Diese scheiß Kackkinder Okay muss ja kein Kind sein Kann ja auch Rentner sein Aber trotzdem Dieses scheiß Opfer Von Mensch Bleiben wir bei Mensch Äh Ja Ist ein Noob So da ist Da ist Biggie big 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 Oh ich hab keinen HP verloren Warum? Ich hab auch gar kein Fallschirmeer Hansa hat kein Fallschirmeer So wie steht's 55 Ja scheiße wenn Hacker da sind Ne? Achja Let's nice fuck Nice let's fuck So Ungekehrt Dun dun Ups Gegen die Wand gesprungen Was macht Wandtiming? Voll im Arsch Learn how to play Ja mach ich gerade Und jetzt hä 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 Ich weiß dass der mich nicht meint aber Ey du Ja Ey das war ein Bretter-Komis Bretter-Homis Ey das war deine Grabschänder Oder Leichenschänder Ja 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 So So ho 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 Der ist tot Pew Nope Teamحacker Krieckommando áckru kuku kuku Khou셔 Ah Ich will auch mal So jetzt habe ich es auch einmal gemacht Alter, jetzt habe ich nur noch 27 HP wegen dir was was eigentlich habe ich auch mal einen Kill hier sie mir 91 so scheißglaube aber ich glaube auch der Hack das hat man gesehen so, und weil die Gegner den ja gekickt haben, dann muss ich ja auch mit Rese hongieren und einmal kicken und wenn sie nicht kicken, dann halt nix nee, Hackie so nein danke alter, schon wieder die Granate ich drehe gleich durch was was, was, was so da wird es schon gedacht, wie er jetzt jetzt reicht mein Computer jetzt, leck mich so, ich muss noch mal kurz gucken, ob ich noch aufnehme vielleicht hat das hier alles keinen Sinn und ja, ich nehme noch auf ist mein Mikrofon an mein Mikrofon ist auch an weil bei den letzten hey hey nein 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 ja leute ja, ich habe jetzt hier senderror report ich glaube, das reicht für eine Folge ich warte jetzt einfach mal gucken, ob morgen noch die Hacker da sind wenn nicht, dann nicht und wenn ja, dann ja ja äh gut, leute nehmt er noch raus, ich hoffe ja äh wenn es euch gefallen hat, dann schaltet auch nächstes mal wieder ein Teil einer weiteren Folge Letzt bei Corsa denkt daran, am Samstag am 24. um 14 Uhr ist der Livestream könnt ihr was gewinnen ähm und äh ja, ansonsten äh wünsche ich euch auch einen schönen Tag und tschüss und